So, reißen wir gleich, wenn man sich die Klappe untersuchen, jetzt gibt es mal da gleich eine Klappe zum Tisch, dann geht's ja. So, reißen wir gleich, wenn man sich die Klappe untersuchen, dann geht's ja. So, reißen wir mit, das hat den Vorteil, dass sie beim Stellen noch Klappe etwas größer wird.